Hi zusammen, ich wollte euch heute ein cooles Messer vorstellen. Dieses Messer wurde mir vom Söldner Messerladen zur Verfügung gestellt, von Andreas. Eine kurze Bitte an euch, wenn ihr durch mich auf den Söldner Messerladen aufmerksam geworden seid und dort online was bestellt, wäre echt super, wenn ihr im Kommentarfeld EDC-Mescher oder Blind EDC-Mescher reinschreiben würdet. Dann weiß der Söldner Messer zumindest Bescheid. Ach, das ist eine Empfehlung von Michael. Wir schicken ihm ein Messer zu und das macht Sinn, denn die Messer werden auch durch ihn verkauft. Egal welches Messer ihr dort bestellt, ihr seid durch mich aufmerksam geworden. Bitte einmal Blind EDC-Mescher reinschreiben, wäre echt super oder EDC-Mescher. So, fangen wir mal an. Das ist ein Kaisermesser, kommt wunderschön verpackt, daher mein erstes Kaisermesser, was ich überhaupt in der Hand halte. Es hat hier einen schönen Aufkleber, einen Bärenaufkleber. Es hat hier eine schöne Verpackung, wo einmal die Beschreibung drin ist und einmal ein Tüchlein. Das möchte ich nicht auspacken, denn das ist so wie es sein soll. Das ist einmal das Messer, dazu kommen wir gleich. Und dann haben wir hier noch Ersatzschrauben. Das gibt es selten bei einem Hersteller, aber bei Kaiser wohl doch. Das ist das Kaiserbegleiter 2.0. Carbonfieberglas, also Carbonfieberfaser, Griffschalen. Eine N690-Klinge, Gesamtlänge 19,9 cm. Auf die Klinge fallen 8,7 cm. 11,2 cm fallen auf den Griff. Und was ich hier richtig, wirklich cool finde, dass das Messer wirklich richtig glatt läuft. Also anders kann ich das nicht sagen. Und man kann es zweiseitig bedienen, also auch für Linkshänder geeignet. Den Clip, vermute ich, kann man umsetzen. Bin mir aber nicht komplett sicher. Es gibt hier ein Layered-Hole hinten. Das finde ich auch cool. Es hat hier noch Stahlliner drin verbaut. Und hat hier ein ganz, ganz leichtes Jimping. Wirklich ein ganz, ganz leichtes. Hat eine N690-Klinge, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und Daumenpins zum Öffnen des Messers. Das Messer kommt wirklich, wirklich, wirklich dünn ausgeschliffen in einem Flachschliff zu euch. Es liegt wirklich super, mega cool in der Hand. Die Klinge wird hier ein bisschen abfallend. Also zur Spitze hin. Und ich finde, das Messer hat was, wirklich. Auch die Handlage überhaupt. Das ist unglaublich. Man kann auch in den Vorgriff gehen. Denn an der Klinge gibt es hier so ein, wie soll ich sagen, so ein Choi, wo man das Messer wirklich nochmal anpacken kann. Und besser führen kann. Richtig geil. Kann ich euch wärmstens nur empfehlen. Ich hinterlasse euch auf jeden Fall den Link zum Söldner Messer. Zu diesem Messer. Und einmal zum Söldner Messer, damit ihr euch einmal komplett umschauen könnt. Mich würde euer Feedback sehr freuen. Auch von dir, Andreas, würde mich das Feedback freuen, wie dir das Video gefallen hat. Und ja, bedanke mich herzlich für das Zuschauen. Und verabschiede mich. Euer Blind EDC-Mischer. Bis zum nächsten Video.